Hallo, ja schön, dass ihr es alle hier an einem Sonntag einrichten konntet. Wir sind extra aus Berlin eingereist. Ich darf hier die tolle Amelie Marie Weber vorstellen. Amelie ist 27 Jahre alt und sie ist die Stimme einer Generation. Sie ist aber auch Journalistin und sie ist Head of Social Media bei der Funke Zentralredaktion in Berlin und sie ist frisch gebackene Autorin dieses Buches, Generation, Krise durchgestrichen Hoffnung, weil wir in diesen Zeiten, glaube ich, alle ein bisschen Hoffnung brauchen. Und ich darf dich heute ein bisschen interviewen dazu und du liest uns heute ein paar Stellen aus deinem Buch vor. Vielen Dank für die lieben einleitenden Worte. Ich muss dich natürlich auch noch kurz vorstellen, das ist Solvay Gode. Falls ihr sie nicht erkennt, erkennt ihr vielleicht ihre Stimme. Sie ist nämlich eine ganz erfolgreiche Podcast-Moderatorin vom Podcast Macht um Millionen von Business Insider. Wir kennen uns schon seit ein paar Jahren und ich freue mich sehr, dass sie mir heute ihre Fragen stellt, zumal sie selbst auch schon ein Buch geschrieben hat, eben zu diesem Macht und Millionen Thema. Und jetzt quatschen wir über das Buch. Es heißt, wie gesagt, Generation Hoffnung, nicht Generation Höhepunkt. Das ist dann vielleicht das Nächste. Mal schauen. Ich lerne dann von Hajo. Spannender Titel. Ich glaube, das könnte man auf jeden Fall anschlussfähig machen. Ja, aber dein aktueller Titel ist ja ein sehr großer Generation Hoffnung. Erzählen uns doch mal kurz, worum geht es da eigentlich? Um die Hoffnung. Surprise. Ne, man sieht es ja, also ich hatte tatsächlich am Anfang überlegt, es Generation Krise zu nennen, weil es um die großen Krisen geht, mit denen sich junge Menschen gerade konfrontiert sehen. Also Klima, Krieg, Pandemie, aber auch sowas wie Smartphone, Internet. Was macht es mit uns, dass wir alle ziemlich süchtig nach diesem kleinen Gerät sind? Oder Gesundheit, mentale Gesundheit, Arbeit, Diskriminierung, solche Themen. Und dann ist mir aufgefallen, dass es für mich nicht durch die Krisen definiert wird, sondern eben auch durch die Hoffnung. Und ich versuche in jedem dieser Kapitel, also jedes der gerade genannten Themen ist ein Kapitel. Und ich versuche in diesem Kapitel am Ende eben immer zu sagen, okay, so und so ist die Situation. Ich möchte das auch nicht schönreden. Aber was machen wir jetzt draus? Und wie können wir irgendwie das Beste rausholen? Und deswegen heißt es jetzt letztlich Generation Hoffnung. Also der Blick nach vorne. Du sprichst ja auch Themen an wie Diskriminierung, Diversität, aber zum Beispiel geht es auch um Körperbilder, was glaube ich auch für unsere Generation. Ich schließe mich da jetzt einfach nochmal ein, auch wenn ich zum Beispiel jetzt nicht Generation Z bin. Ich bin schon drei Jahre älter, ich bin 30. Aber jetzt ist nun mal die Welt geprägt, gerade von einer Krise nach der nächsten. Und das prägt natürlich eben auch diese Generation sehr. Wie ist dann bei dir eben auch als junger Mensch diese Idee zustande gekommen, dieses Buch zu schreiben konkret? Ich habe einfach mich mit total vielen Menschen natürlich in meinem Alter unterhalten, auch als Journalistin. Ich bin ja eigentlich Politikjournalistin und eben immer wieder erfahren, dass Menschen gar nicht mehr ertragen, Nachrichten anzuschauen zum Beispiel, weil sie sehr hoffnungslos und pessimistisch sind. Und dann dachte ich mir, ich glaube, es muss mir jemand aufschreiben, warum es noch Hoffnung gibt. Und ich würde einfach sagen, ich lese mal einen Teil des Prologs vor, also des Einstiegs, weil ich da so ein bisschen versucht habe zu erklären, warum ich dieses Buch schreibe und worum es geht. Wir sind noch keine 30 Jahre alt und haben bereits drei Jahre Pandemie hinter uns, einen Krieg in Europa ausbrechen sehen und die Gefahren der Klimakrise begriffen. In Deutschland gibt es rund 11 Millionen Menschen, die zwischen 18 und 30 Jahren alt sind. Wir alle werden im Dauerkrisenmodus erwachsen. Keine andere Altersgruppe fühlt sich durch die aktuellen Krisen so stark belastet. In der Studie Jugend in Deutschland 2023 geben 46 Prozent der 14 bis 29-Jährigen an, unter Stress zu leiden. Zum Vergleich, bei den 50 bis 69-Jährigen sind es nur 20 Prozent. Junge Menschen müssen in diesen unsicheren Zeiten Richtungsweisen der Entscheidungen treffen. Die Krisen berühren sie in einer besonders empfindlichen Phase der Persönlichkeitsentwicklung, sagt Simon Schnetzer, der die Untersuchung durchgeführt hat. Er gilt als einer der renommiertesten Jugendforscher Deutschlands. Schnetzers Forschung und die Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen anderer Expertinnen und Experten zeichnen ein ganz anderes Bild der Jugend als jenes, das ihr oft vorauseilt. In den Augen vieler gelten wir als verwöhnt, hedonistisch und arbeitsscheu. TV-Moderator Markus Lanz spricht von einer Hafermilchgesellschaft, einer Guaven-Dicksaft-Truppe, die wirklich die ganze Zeit auf der Suche nach der idealen Work-Life-Balance sei. Doch wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen vielmehr eine Kohorte, die sich um den Zustand dieser Welt sorgt und psychisch stark belastet ist. Viele junge Menschen leiden unter krankhaftem Stress, sagt Simon Schnetzer. Angesichts der vielen Krisen fühlen sie sich hilflos und erschöpft. In diesem Buch schreibe ich über die großen Herausforderungen unserer Zeit. Klima, Pandemie und Krieg, aber auch Internet, Gesundheit, Diskriminierung und Arbeit. Über jedes dieser komplexen Themen könnte man ganze Bücher schreiben. Ich muss mich also kurz fassen und doch will ich in jedem Kapitel herausfinden, was passiert da in der Welt, inwiefern beeinflusst es uns junge Menschen und vor allem, was lässt uns immer weitermachen. Denn am Ende geht es doch darum, angesichts der heutigen Lage nicht den Glauben an ein besseres Morgen zu verlieren. Was wir brauchen, ist Hoffnung. Doch was bedeutet das überhaupt? Hoffnung. Ähnlich wie uns jungen Menschen eilen auch der Hoffnung eine Menge Vorurteile voraus. Manche sagen zum Beispiel, sie sei naiv und verkenne die Ernsthaftigkeit einer Situation. Ich spreche hier jedoch von einem Hoffen, dass die Augen vor der Wirklichkeit nicht verschließt. Wir können uns sehr ernsthaft mit den Krisen dieser Welt beschäftigen, ohne dabei den Blick für ihre Schönheit zu verlieren. Das ist nicht naiv, sondern konstruktiv. Andere sagen, die Hoffnung mache es sich zu leicht. Wir schaffen das, ist so ein Hoffnungssatz, der Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel jede Menge Ärger einhandelte. Aber was wäre die Alternative? Wir schaffen das nicht. Wer den Weltuntergang vorhersagt, kann währenddessen zwar immer damit prahlen, dass er das ja sowieso schon immer geahnt habe, doch verhindern wird er den Untergang damit nicht. In Wahrheit ist es also der Pessimismus, der es sich zu leicht macht. Die Hoffnung hingegen ist mutig. Sie gibt nicht auf. Das am weitesten verbreitete Vorurteil gegenüber der Hoffnung ist vielleicht, dass sie passiv sei. Manche sagen schulterzuckend, ich habe gerade keine Hoffnung und lehnen sich dann zurück. Doch Hoffnung ist aktiv. Sie kommt nicht von alleine. Ich schreibe dieses Buch als Journalistin, die unsere Welt zu erklären versucht. In den vergangenen Jahren habe ich mich vor allem damit beschäftigt, jungen Menschen politische Themen in den sozialen Medien näher zu bringen. 2021 gründete ich einen TikTok-Channel, der inzwischen zu den erfolgreichsten politischen Kanälen der Plattform zählt. Dabei habe ich viel über meine Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren. Was sie beschäftigt, wie sie denken, wovor sie sich fürchten und was sie sich wünschen. Immer wieder stelle ich fest, dass uns junge Erwachsene meist ganz ähnliche Themen umtreiben und ich bin der Überzeugung, dass wir über sie sprechen müssen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Ich verfasse dieses Buch aber auch als junge Frau, die oft selbst nicht weiter weiß und ein schlechtes Gewissen hat, weil sie zum Beispiel in den Urlaub fliegt, statt auf der Straße zu kleben. Ich schreibe über meine Träume und Sorgen und Ängste und Wünsche und ich mache mich dabei zwangsläufig verletzlich. Obwohl mir das nicht leicht fällt, habe ich mich dazu entschieden, meine Gedanken und Erfahrungen festzuhalten. In der Hoffnung, dass sich der eine oder die andere in ihnen wiederfindet und daraus Mut und Kraft schöpft. Mein Wunsch ist, dass sich junge Menschen durch meine Zeilen verstanden fühlen und dass ältere Menschen uns junge Menschen vielleicht ein bisschen besser verstehen können. Denn die Werte und Tugenden von jung und alt sind gar nicht so unterschiedlich, wie es oft heißt. Jungen und älteren Menschen sind ähnliche Dinge im Leben wichtig und sie haben ähnliche Ziele, sagt Jugendforscher Schnetzer. Um den vielfach beschworenen Generationenkonflikt aus dem Weg zu räumen, müssen wir also miteinander ins Gespräch kommen und uns unserer Einigkeit bewusst werden. Dieses Buch soll dabei helfen. Ich will zum Nachdenken anregen über das, was ist und das, was sein könnte. Deshalb beschreibe ich die großen Entwicklungen unserer Zeit und die Gefühle, die sie in mir auslösen. Außerdem teile ich persönliche Geschichten meiner Freundinnen und treffe junge Aktivisten und Influencerinnen, um mit ihnen über die großen Krisen und ihre ganz persönliche Hoffnung zu sprechen. Alle Angehörigen einer Altersgruppe als Einheit zu betrachten, hat noch nie besonders gut funktioniert. Jede und jeder hat nun mal ganz individuelle Ansichten, Schwächen und Erfahrungen. Ich bin eine weiße, heterosexuelle Frau, die in der Großstadt lebt und kann beispielsweise nicht für einen schwarzen, homosexuellen Mann aus einem kleinen Dorf sprechen, nur weil er ungefähr so alt ist wie ich. Deshalb schreibe ich in diesem Buch nicht über vordefinierte Generationen nach Geburtsjahrgängen wie die Millennials oder die Generation Z. Stattdessen geht es mir um junge Erwachsene, die gerade ins Leben finden. Jene, die, genau wie ich, zwischen Schulabschluss und Familiengründung ihren Platz in der Welt suchen. Wir sind voller Gegensätze. Während wir von Individualität und Freiheit träumen, sehen wir uns nach Orientierung und Sicherheit. Obwohl wir permanent miteinander verbunden sind, fühlen wir uns oft einsam. Wir wirken selbstbewusst und sind doch verloren. Natürlich prägt uns neben vielen individuellen Faktoren auch die Gesellschaft, in der wir aufwachsen. Politische Ereignisse, technologische Fortschritte, der gegenwärtige Zeitgeist. Manches haben wir eben doch gemeinsam. Etwa die Tatsache, dass wir die ersten Deutschen sind, die mit einer weiblichen Regierungschefin groß wurden. Oder dass wir die letzten sind, die sich an eine Kindheit ohne Smartphone erinnern können. Wir haben den Aufstieg von Donald Trump, den Abstieg der Volksparteien und den EU-Ausstieg der Briten erlebt. All diese Erfahrungen einen und formen uns. Die letzten Jahre haben unsere Welt noch mehr ins Wanken gebracht. Eine Pandemie ließ sie stillstehen. Die Folgen des Klimawandels setzten ihr zu. Russische Bomben erschüttern Europa. Plötzlich finden wir uns in einer Gesellschaft wieder, die statt wohlstrukturierter Verlässlichkeit nur bedrohliche Unsicherheit bietet. Krise folgt auf Krise und wir stellen fassungslos fest, dass es im Leben immer weiter nach oben geht. Ist kein Naturgesetz. Auf der Suche nach Zeichen der Hoffnung in Zeiten der Krise will ich nicht schönreden und zugleich das Schöne nicht vergessen. Ja, es sind zweifelsfrei herausfordernde Zeiten, aber aus Herausforderungen können großartige Dinge entstehen. In uns steckt die Kraft, die Welt neu zu gestalten. Davon bin ich überzeugt. Wir müssen und werden Wege finden, das Beste aus unserer Situation herauszuholen, weil aufgeben keine Option ist. Jetzt hast du ja schon gesagt, es ist ein sehr persönliches Buch auch geworden, weil du sehr viele eigene Gedanken, Gefühle, Perspektiven geteilt hast. Natürlich ist es aber eben eine sehr individuelle Perspektive. Um das aber aufzubrechen, hast du ja auch Interviews mit vielen Menschen geführt. Was sind das für Menschen und wie hast du die ausgewählt? Warum hast du diese Interviews geführt und was ist dir dabei aufgefallen? Genau, ich habe ja gerade schon in dem Kapitel auch beschrieben, dass ich eben nicht für alle sprechen kann. Auch dieses Buch ist halt kein Abbild der ganzen Generation. Das ist einfach nicht möglich. Es ist einfach so wie jede andere Generation auch. Sehr divers, sehr unterschiedlich. Aber ich wollte schon mehr Perspektiven als meine eigene reinbringen. Und deswegen habe ich mich entschieden, zu jedem Kapitel ein Interview zu führen, thematisch passend, mit einer Person, die da nochmal eine andere Perspektive reinbringen kann. Zum Beispiel ist es beim Klimakapitel Luisa Dellert, die eben als Klimaaktivistin spricht, weil ich bin keine Klimaaktivistin. Es ist beim Thema Gesundheit die Fitnessinfluencerin Sophia Thiel, die über ihre Essstörung spricht, über die ich zum Beispiel nichts sagen kann, weil ich nie eine hatte, zum Glück. Es ist eine, ein TikTok-Star, die über Smartphone-Sucht spricht. Es ist im Kapitel Krieg eine Ukrainerin, die geflüchtet ist, eine junge Frau. Und so habe ich eben versucht, oder im Kapitel Diversität jemand, der queer ist, ein junger Mann. Und so habe ich eben versucht, verschiedene Perspektiven da noch reinzuholen. Und natürlich ist es auch zwar immer auch mit persönlichen Geschichten, aber auch ganz, ganz viele Zahlen. Also wer sich das Quellen verzeichnet, ist es schlimmer als jede Bachelorarbeit, Masterarbeit. Also ganz viele Studien auch einfach, um das so ein bisschen, ja, nicht nur aus meiner Perspektive zu sprechen. Jetzt hat dein Buch gerade leider an trauriger Aktualität gewonnen, aufgrund, ja, was da gerade im Nahen Osten passiert. Und wir haben uns, ja, die letzten Wochen kaum mit etwas anderem beschäftigt. Wir haben uns beide sehr viele Nachrichten immer nachts geschickt. Wir sind in den Nachrichten-Feeds verloren gegangen. Wie findest du in diesen Zeiten Hoffnung? Warum ist in diesen Zeiten Hoffnung gerade so wichtig? Ja, das war tatsächlich, also als es losging in Israel, war der Samstag vor meiner Buchpremiere. Also, ne, ist ja jetzt zwei Wochen her. Und ich war schockiert. Ich habe Freunde, die dort auch als Reporter gerade vor Ort sind, Freundinnen, die aus Israel kommen. Und auch abgesehen davon, also ich glaube, jeder ist einfach gerade ganz schockiert, was da im Nahen Osten los ist. Und ich habe mich, ich habe festgestellt, dass man ein Buch über Hoffnung schreiben kann und sich trotzdem hoffnungslos fühlen kann. Und dass man sehr niedergeschlagen sein kann. Und ich habe mich dann auch gefragt, so, boah, jetzt steht deine Premiere an. Wie sprichst du jetzt über Hoffnung und machst deine Buchpromo? So, tschakka, Hoffnung. Ich glaube, tatsächlich ist es super wichtig, gerade jetzt über Hoffnung zu sprechen. Und ich rede da nicht schön. Ich werde auch gleich einen Abschnitt aus dem Kapitel Krieg, das dann natürlich damals auf Ukraine jetzt vor allen Dingen im Schreibprozess bezogen ist. Aber das kann man auch auf Israel beziehen. Und auf alle anderen Kriegsschauplätze. Ich glaube, gerade dann ist es super wichtig, sich zu fragen, wie mache ich weiter? Und was lässt mich weitermachen? Was lässt auch die Menschen vor Ort weitermachen? Denn ohne Hoffnung ist alles schon verloren. Soll ich mal vorlesen? Sehr gerne. Mir ist dazu gerade noch eingefallen, wir haben eine sehr gute Freundin aus Israel, die hat übrigens auch einen Beitrag gepostet, dass die Israelis gerade in diesen Zeiten immer wieder sehr resilient waren. Und sie hat zum Beispiel einen Beitrag geteilt einer Freundin, die gerade zwei Tage nach diesem ersten Angriff noch geheiratet haben und dass sie das sehr berührt hat, Siepe, aus ihrem persönlichen Fall jetzt. Aber bitte lies uns doch mal den Teil aus deinem Buch vor. Ja, gerne. Also das ist jetzt ein Teil des Kapitels Krieg. Wir müssen die richtige Balance zwischen Informiertheit und Entspannung finden. Wie bewältigen wir die tägliche Flut von negativen Botschaften? Was tun gegen das Bedürfnis, einfach nur die Bettdecke über den Kopf zu ziehen? Manchmal gebe ich mich genau diesem Bedürfnis hin. Dann mache ich es mir in meinen weichen Laken bequem, schalte Kopf und Geräte ab und atme tief durch. Ich besinne mich darauf, dass es neben all den schlechten Nachrichten auch so viele gute Entwicklungen gibt, die es nur nicht durch unsere Aufmerksamkeitsfilter geschafft haben. Ich gehe nach draußen und entdecke in der Bahn einen alten Mann, der ein Baby zum Lachen bringt. Eine junge Frau, die einem Obdachlosen eine Brezel spendiert. Ein frisch verliebtes Paar, das zu den sanften Klängen eines Straßenmusikers tanzt. Und dann erinnere ich mich wieder, dass es auf dieser Welt so viel mehr Licht gibt als Schatten. So viel mehr Liebe als Hass. So viel mehr Hoffnung als Angst. Krieg ist nie gut. Er wird von wenigen angezettelt, von vielen geführt und am Ende verlieren alle. Dass wir diesen Konflikt in Europa erleben müssen und nicht wissen, wie er sich entwickeln wird, ist durch nichts schön zu reden. Gerade in Zeiten wie diesen gewinnt die Hoffnung eine noch tiefgreifendere Bedeutung. Ohne Hoffnung hätten die Ukrainerinnen und Ukrainer gar nicht erst begonnen, sich zu wehren und für die eigene Souveränität und Freiheit zu kämpfen. Ohne Hoffnung gäbe es keinen Grund, inmitten des Chaos an eine bessere Zukunft zu glauben. Ohne Hoffnung kann es keinen Frieden geben. Die Menschen in der Ukraine schöpfen ihre Hoffnung vor allem auch aus einem Gefühl der Verbundenheit. Der Zusammenhalt im Land, aber auch die internationale Unterstützung sind nicht nur für den Kriegsverlauf von enormer Bedeutung. Solidarität macht Hoffnung und schenkt Kraft. Als wenige Tage nach der Invasion die ersten Züge aus der Ukraine am Berliner Hauptbahnhof ankamen, warteten unzählige Freiwillige mit selbstgebastelten Willkommensplakaten an den Gleisen. Familien räumten Zimmer frei, um Geflüchtete bei sich aufzunehmen. Studierende verteilten Essenspakete und Babywindeln. Fremde reichten einander die Hände. Ja, es gibt böse Menschen, die böse Dinge tun, aber es gibt so viel mehr gute Menschen, die gute Dinge tun. Und manchmal ist es allein diese Erkenntnis, die uns irgendwie weitermachen lässt. Konflikte und Opfer von Konflikten sind auf einem Rekordtiefstand. Die Welt war früher viel brutaler, als sie es heute ist. Dieser Fakt ist ein Grund zur Freude, auch wenn er den Menschen in der Ukraine, dem Iran, in Syrien und allen anderen Kriegsschauplätzen gerade kein Trost sein wird. Dass es inzwischen weniger Kriege als früher gibt, macht es nicht weniger wichtig, sich für das Ende der aktuellen Konflikte einzusetzen. Der Ukraine-Krieg führt insbesondere jungen Menschen in Europa eindrucksvoll vor Augen, dass es keineswegs selbstverständlich ist, in Freiheit und Frieden leben zu können. Es ist ein Privileg, das es zu verteidigen gilt. Wir leben nicht am Ende der Geschichte, sondern mittendrin. Gegenwart und Zukunft liegen in unseren Händen. Dieser furchtbar brutale und vollkommen überflüssige Krieg ist vielleicht zumindest dafür geeignet, uns dieser Verantwortung endlich bewusst zu werden. Da gibt es nie Applaus, da sind alle so, oh fuck. Danke. Besonders finde ich, ist ja jetzt auch, wie gerade eine junge Generation mit diesen Kriegsschauplätzen auch aufwächst und zwar im Prinzip im Livestream über ihr Smartphone. Das ist etwas, was ja unsere Eltern damals nicht so erlebt haben. Wir kriegen auch nonstop Live-Informationen über Instagram, die teilweise dann zum Beispiel aber auch falsche Informationen sind. Also es ist wirklich eine ganz andere Art der Informationsflut. Du hast in deinem Buch ja auch ein Kapitel zum Thema Internet und Smartphone und auch der Sucht geschrieben. Wie prägt das diese Generation und magst du uns vielleicht aus diesem Kapitel auch noch mal eine Stelle vorlesen? Sehr gerne. Vielleicht ganz kurz zu dieser Nachrichtenflucht. Da ist auch im Kriegskapitel noch mal ein ganzes Unterkapitel. Das lese ich jetzt nicht vor, aber meine Botschaft ist da schon und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch gerade in diesen Zeiten zu sagen, es ist okay, es auch mal nicht anzuschauen. Es ist sogar als politische Journalistin okay, an einem Samstag mal zu sagen, nee, das Video von der fünften vergewaltigten Frau in Israel schaue ich mir jetzt nicht mehr an. Ich habe es verstanden. Ich habe gespendet. Ich informiere mich über das, was da passiert. Aber ich muss nicht alles Schlimme immer in mich aufnehmen. Ich muss mich nicht schuldig fühlen, wenn ich auch mal eine Pause brauche. Weil am Ende brauche ich als Journalistin, aber auch als Mensch diese Pause, um dann irgendwie auch weiterzumachen und die Kraft zu haben, mich für Verbesserungen einzusetzen. Von daher, gleichzeitig darf man natürlich nicht abstumpfen. Ich höre viel zu oft. Ich gucke gar keine Nachrichten mehr. Es kann auch nicht die Lösung sein. Wir müssen informiert bleiben. Und da so die Balance zu finden, ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass es dieser Generation durch die Achtsamkeit, die sie auch hat, vielleicht besser gelingt als Generationen vor ihnen. Ansonsten ist das Smartphone, es gibt ein großes Kapitel über das Thema Smartphone. Ich bin ja auch Online-Journalistin. Es ist aber auch einfach so, dass dieses Smartphone alle Bereiche im Leben von jungen Menschen beeinflusst. Und ja, ich lese einfach mal einen kleinen Abschnitt daraus vor. Den habe ich noch nie vorgelesen. Den lese ich euch jetzt zum allerersten Mal. Eine Premiere hier auf der Buchmesse. Es geht um Pippi Langstrumpf. Um wieder ein bisschen Hoffnung hier jetzt reinzubringen. Mal gucken, ja. Schon meine Kindheitsheldin Pippi Langstrumpf wusste, faul sein ist wunderschön. Und dann braucht man ja auch noch Zeit, einfach nur da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Ich bin mir sicher, Pippi wäre schockiert, wenn sie mich heute sehen könnte. Denn nichts tun ist so gar nicht mein Ding. Kaum habe ich mal ein paar Minuten keine konkrete Aufgabe, wandern meine Gedanken und Hände zum Smartphone. Wartezeiten und Pausen überbrücke ich grundsätzlich mit dem Mobiltelefon. Zeit, die Gedanken schweifen zu lassen, einfach mal durchzuatmen, Fehlanzeige. Die Auseinandersetzung mit sich selbst und dem eigenen Gefühlsleben ist eine äußerst wichtige Erfahrung im Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, sagt Suchtexperte Christian Groß. Digitale Medien können diesen Prozess behindern. Ich habe mir ehrlich gesagt schon gedacht, dass es nicht sonderlich gesund sein kann, dass wir alle nicht mal die Wartephase an einer roten Ampel aushalten, ohne auf ein Gerät zu starren. Wir sitzen in stundenlangen Videokonferenzen, telefonieren zwischendurch siebenmal und schreiben nebenher noch ein paar E-Mails. Wir machen ständig zehn Dinge gleichzeitig, aber nie einfach mal nichts. Dabei entstehen Ideen und gute Gedanken, doch gerade in den Momenten, in denen wir ausreichend Zeit haben, einfach mal in Ruhe nachzudenken. Hätte Astrid Lindgren Pippi heute erschaffen, hätte sie ihr mit Sicherheit kein Handy verpasst. Denn neben dem Licht nichts tun, liebt Pippi die Freiheit. Sie will sich von nichts und niemandem vorschreiben lassen, was sie wann zu tun hat. Nicht vom nervigen Fräulein Preselius und sicher auch nicht von irgendeinem elektronischen Gerät. Wer das Smartphone immer eingeschaltet bei sich trägt, gibt ein hohes Maß an Selbstbestimmung auf, sagt Professor Peter Vorderer. Durch Anrufe und Nachrichten werden wir immer wieder von anderen aus dem Moment gerissen und dazu gezwungen, auf sie zu reagieren. Das wäre nichts für Pippi. Und eigentlich ist es auch nichts für mich. Meine Lieblingsszene ist die, in der Pippi den gesamten Süßigkeitenladen leer kauft und die Bonbons, Kekse und Lollis anschließend mit Tommy und Annika genießt, bis ihnen die Bäuche wehtun. Heute würden wir wahrscheinlich erstmal darüber nachdenken, wie wir die sogenannte Candy Bar, die sowieso auf keine ordentlichen Party fehlen darf, möglichst Instagrammable ablichten können. Statt Momente bewusst zu genießen, zücken wir unsere Handys und grübeln, wie wir das Essen, den Sonnenuntergang oder das Konzert möglichst hübsch für alle anderen inszenieren können. Dabei geht der Sinn für die Einzigartigkeit einer Situation verloren, sagt Professor Vorderer. Das ständige Fotografieren lässt uns glauben, Momente konservieren zu können und das Teilen im Netz stillt unser Bedürfnis nach Anerkennung. Aber keine Kamera der Welt kann die wahren Glücksmomente einfangen, das Rascheln der Bonbonverpackung, der fruchtig prickelnde Geschmack der Brause, die pure Lebensfreude, die wir empfinden, wenn wir Zeit mit unseren Freunden verbringen. Momente wie diese gehen verloren, wenn wir sie durch eine Linse betrachten und im Kopf speichern wir die Erinnerungen ohnehin viel lebendiger ab, als es ein Handy jemals könnte. Was Pippi damals über das Murmeln sagte, gilt heute für unseren Umgang mit Smartphones. Man muss doch etwas Maß halten mit seiner Vergnügungssucht. Vielleicht dazu noch eine persönliche Anschlussfrage. Wie hältst du das denn Maß mit deiner Smartphone-Nutzung? Die weiß, dass ich immer dranhänge. Das ist voll fies. Ja, also ich mache mindestens einmal im Jahr einen Urlaub, indem ich mein Handy komplett ausschalte. Das Schlimme ist, ich bin halt so süchtig, dass ich es wirklich ausschalten und in den Tresor packen muss, um es nicht zu nutzen, um wirklich loszukommen. Weil wenn es an ist und ich mir vornehme, einfach weniger dran zu gehen, zieht mich Instagram halt doch rein. Ich beschreibe das auch in dem Buch sehr ehrlich. Aber mir ist es einfach bewusst und ich versuche daran zu arbeiten. Ich habe natürlich so Regeln für mich. Also sowas wie, wenn ich mit meiner Familie oder meinen Freunden am Tisch bin, dann bleibt das Handy in der Tasche. Da bin ich schon ziemlich strikt, weil ich finde, es gibt nichts Traurigeres als der Anblick von Paaren oder Freundesgruppen oder Familien, die da sitzen und alle gucken nur auf ihr Handy. Und auch da muss ich sagen, ich habe das Gefühl, dass gerade die junge Generation, die einfach damit aufgewachsen ist und sehr früh gemerkt hat, okay, wir brauchen irgendwelche Normen, irgendwelche Regeln, auf die wir uns einigen, um uns nicht komplett vereinnahmen zu lassen, dass es denen teilweise besser gelingt tatsächlich als der Elterngeneration, die ja viel später im Leben mit diesen Smartphones in Kontakt kam. Von daher macht auch mir das Mut, man sieht es auch jetzt bei diesen noch jüngeren, noch mal zehn Jahre jünger als wir, so jung, die jetzt zum Beispiel so Apps wie Snapchat oder BeReal benutzen, die viel weniger Suchtfaktor haben, viel weniger Filter und so weiter, sondern eben Realer sind. Und das macht mir große Hoffnung, dass sich da was entwickelt. Und es dauert halt einfach, Smartphones sind noch relativ neu, aber ich glaube, dass wir es schaffen können, da Normen zu entwickeln, um gesünder damit umzugehen. BeReal, falls jemand es nicht kennt, das ist eine App, da darf man nur einmal am Tag zu einer gewissen Uhrzeit, muss man ein Foto machen. Man darf auch, glaube ich, nur zwei Versuche hat man. Und es gibt keine Filter. Genau, und man kann das dann quasi nicht faken. Und wenn man dieses Zeitfenster verpasst, dann ist das auch vorbei und ist auch okay. Aber man kann das quasi nicht den ganzen Tag suchten. Und ich finde übrigens, dir gelingt das auch sehr gut aus unserer persönlichen Erfahrung. Wir waren einmal zusammen auf einem Konzert und ich wollte ein kurzes Video machen, weil ich diese Musiker sehr toll fand. Und dann haben sie gesagt, nimm jetzt dein Handy weg, genieß den Moment. Und das hat sehr gut geklappt. Und ich war im Nachhinein auch sehr dankbar, weil wir haben es dann geschafft, wirklich im Moment zu sein. Du hast gerade schon auch nochmal diese Verständigung zwischen Alt und Jung nochmal aufgegriffen. Du schreibst ja eigentlich hauptsächlich über eine jüngere Generation. Sind die es auch, die dieses Buch lesen sollten? Oder für wen ist dieses Buch eigentlich gedacht? Wer sollte das lesen? Also als Journalistin lernt man immer spitze Zielgruppe. So spitz wie möglich, dann wird das irgendwie der größte Hit. Leider habe ich das nicht gemacht. Vielleicht ist es aber auch gut so. Also das ist zum einen für Menschen in meinem Alter, in dieser Phase, wie ich eben schon beschrieben habe, zwischen Schulabschluss und Familiengründung. Das ist so in der Regel, sagen wir mal grob 18 bis 30, aber das ist natürlich nach oben und unten hin offen. Die reflektieren sollen oder dürfen mit dem Buch und sich einfach mal fragen können, wie gehe ich eigentlich mit der Situation um? Vielleicht sehen sie es auch ganz anders, aber ich hoffe, dass es zum Nachdenken anregt. Und zum anderen ist es aber auch für alle älteren Menschen, die verstehen wollen, warum Junge so ticken, wie sie ticken. Und bisher ist das Feedback so, dass sich auch beide ganz gut abgeholt fühlen, was mich natürlich sehr freut, weil ich wirklich genau diese zwei Zielgruppen eben auch beim Schreiben immer im Kopf hatte. Ich versuche jetzt nicht so zu schreiben, dass nur junge Menschen verstehen, ihr wisst ja, wie es läuft, sondern für beide Zielgruppen. Um einander besser verstehen zu können. Also im Prinzip ist es auch eine Einladung, in den Intergenerationenkonflikt zu treten, kann man das so sagen? Ja, weil ich glaube, dass es super wichtig ist. Am Ende wird keine Generation diese Welt alleine retten, wenn man es so überhöht ausdrücken möchte. Und ich glaube, dass sich viele Junge auch so ein bisschen sehr überfordert fühlen mit dieser Last. Ja, ihr macht es schon, ihr schafft es schon. Nee, alleine wird es niemand schaffen. Wir müssen uns da zusammentun. Und ich glaube auch nicht, dass dieser Generationenkonflikt, also auch nachdem ich die Studien und Experten und so mir angeschaut habe, dieser Generationenkonflikt ist nicht so groß und auf jeden Fall überwindbar, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen und füreinander Verständnis haben. Ich glaube, alt und jung können sehr viel voneinander lernen, was das steht dann im Buch. Und nur so kann es am Ende dann wirklich besser werden. Also vielleicht fehlt mir eine Einladung zu einem Dialog. Ja, also wenn ihr euch da jetzt angesprochen fühlt, dann lest dieses Buch. Ihr findet es jetzt gleich draußen am Stand hinter dieser Bühne. Und Amelie wird auch noch da sein und signieren. Außerdem trefft ihr sie heute auch noch an am Stand von Klartext in der Halle 3.1 an Stand 17. Und falls ihr noch Fragen habt, beantwortest du die da wahrscheinlich auch sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Es war sehr schön mit euch.